Ja, das kostet nicht viel, das kostet nur, nur 100.000 oder so. Das ist nicht viel. Oder wie da einfach mal ein Flugzeug angeschossen wird. Achso, ich glaube, ich sollte mal die Poms zu MCs machen, sonst verstopfen die sind aus meinem Inventar. Ne, und äh... Wo bist du denn? Was zu dem Thema Entsiegeln. Also erstmal kostet es nicht 50.000 oder 100.000 pro, sondern bestimmt 30.000. Und zweitens mal, wenn du tatsächlich Ausweichen rausbekommen solltest, plus zwei andere Sets zum Beispiel, Magierisi Rüstung, dann ist selbst ein 57er Teil einfach mal 5 Mille wert. Oder, sagen wir mal, 4 Mille. Deswegen, also, da kann man richtig gut Geld machen damit, wenn man ein bisschen Glück hat. Und ich meine, 100.000 zu investieren oder 50.000 ist jetzt nicht die Welt. Das Job. Ey, Blau, jetzt in deinem Level, ich, ich, das ist für dich jetzt auch noch viel. Aber später, wenn du, spätestens wenn du ein Chess bist und, ich sag jetzt mal, ein Charakter hasst bei den Ratten, da denkst du dir so, äh, ne. Selbst bei den Papagueras, da machst du in der Stunde, da, bei den Papagueras machst du in der Stunde auch 200.000. Also das ist, nur durch, nur durch die Items, die du drobst, also. Das ist völlig irrelevant. Ich schieße einfach mal schon mal die Art hier einfach mal auf, wie, ne? Wie viel brauche ich denn? Fünf mal sieben sind. Ach, keine Ahnung, ich kaufe einfach fünf. Bewege dich, ne? Ja, ich habe dich schon einen schönen Hitsch, schon mal direkt. Achtung. Sag, sag bloß, mir fehlt ein Pomp. Also, wie du an deinen Autoführerschein gekommen bist, das frage ich mich halt immer noch. Was, 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 woher soll ich denn wissen, dass da so eine scheiß Art hier im Berg runtergerollt kommt? Ich, 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 oh, ne. Alter, Digga, mir fehlt ein Pomp. Das ist doch nicht, das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Was ist denn das? Woher soll ich meine kleine Art hier denn schießen nochmal? Ich war, ich habe gerade 300, 250 Schaden gebracht. Oh, oh. Ich glaube, die Gegnerische Art hier wartet gerade drauf, dass ich schieße und ich wollte, dass die Art hier schieße. Ich glaube, die Art hier machen im Spiel nichts. Ach, ich hatte ja noch ein Fragment, oh, übersehen. Eine Cord-Meldigen-Hose mit fünf Siegel hat das nicht vor uns jemand gesucht. Das weiß ich nicht. Oh, Art hier hat die geschossen. Oh. Wo, wo steht sie? Ah, da. Ähm, ich schreibe es mal schnell in den Handelschat. Verkaufe, das. Die steht die ganze Zeit da hinten an dem Stein. Vor uns hat es auf jeden Fall jemand gesucht. Ich behalte es mal kurz im Invi. Ja, ein Pomp fehlt mir. Pomp ist... Hast du das so ein Critical Hit? Powder of Magic Power, dieses hier. Oh, schon wieder. Die steht da hinten an der gleichen Stelle. Aua, jetzt hat sie dich getroffen. Ja, jetzt trifft sie mich auch nicht mehr. So, ja, drei Schüsse sind vorbei. Ja, Skorpchen, geh mir auf den Sack. Ne, nicht eine Fomp. Ein Pomp fehlt mir. Ähm, weil, wenn ich noch ein Pomp habe, habe ich sieben. Dann kann ich da ein Fomp draus machen und aus den sieben Fomp es dann ein MC. Warum stellt niemand günstig im CSIN-Shop? So für einen Kaka oder so. Wie viel ist jetzt ein Kaka? Ne Mille. Boah, die verkaufen, die verkaufen, die verkaufen Platins für 2 Millionen, Alter. Weil zur Zeit alle diese 85er-Rüssi-Rüssi-Rüssi-Appen wollen. Ich habe da zwar keine Ahnung von, aber ich sage jetzt einfach mal LOL. Ah, LOL. Alter, die Art, die müsste doch jetzt eigentlich langsam mal tot sein. In diesem Aufhören würde er immer auf, mich immer zu schießen. Gehst du schon Pennen oder was? Ja, natürlich, natürlich. Ja, aber ich werde nicht nur Florencia spielen. Minecraft, Florencia, League of Legends, mal gucken. A friend request from Flash. Wer ist denn Flash? Äh, ich nehme den mal kurz an. Ach, das ist der 58er. Ja, ja, ich werde mich da verziehen, Sie mal. Hallo. Ja, ich brauche Hilfe. Ja, bin, 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 bin gleich da. Buch. Requested trade. Ja, Arti, schieß auf mich. Oh, vielen Dank. Ich habe einen Phomp gespendet bekommen. Das ist natürlich sehr nett. Oh. Ist doch. Was, Autop-Amo. Warte. Was? Du hast keinen Überleg gezogen, oder was? Ja, Arti, schieß auf mich. Und triff nicht. So, da können wir jetzt... Okay, da mache ich noch den MC voll und dann gehe ich offline. Und dann, wie gesagt, morgen wieder 17, 18 Uhr bin ich auf jeden Fall da. Mal schauen. Ja, Arti. Jo, tschü. So, jetzt haben wir ziemlich viel Zeug hier schon wieder. Die Arti war so scheiße von denen. So, viel Spaß beim Leveln noch. Ich bin dann auf, wie gesagt. Dann, bis später. Sprechen, ich bin dann.